Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloudcatcher Chronicles. Wir sind weiter fleißig am Steine verkloppen und am Suchen des letzten, ja, Baumpflanzvorkommens nach Möglichkeit, das ich aber nicht finde, maximal per Zufall, ja, egal, ja, wir sammeln hier fleißig, nach Möglichkeit versuche ich auch, mich wieder daran zu erinnern, wo das Sägewerk stand, Scheibenkleister, ja, scheißlich ungut, würde ich sagen. Ich bilde mir ein, es war irgendwo auf einem Berg oben droben, ja, bin ich mir nicht sicher. Und immer wieder kehre ich zum Bauernhof zurück, das ist unglaublich. Aber irgendwann wird wohl meine Richtung stimmen. Und ich bin auch echt doof, ich bin ein richtiger Holzkopf, ich weiß nämlich nimmer, wo es war. Ihr wisst das alle bestimmt, hundertprozentig, aber ich bin ein doof Kopf und hab das vergessen. Ja, ja. Zack, zack, und bang. Katze? Katze? Wo? Wo bist du, Katze? Da drüben irgendwo. Da ist sie. Hallo, Schnucki. Ja, komm mit. Ja, hallo, Schatzi. Jo, da schnurrt sie. Da ist sie glücklich. So, mal Luk-Luk machen. Äh, da drüben oben muss ich noch hin, glaube ich, da oben. Habe ich auch noch nicht alle Bäume gepflanzt, bilde ich mir ein. Weil mir tatsächlich die Sämlinge ausgegangen sind. Ja. Und ich glaube, das könnte ich jetzt eh mal machen, weil das, was ich eigentlich möchte, werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr finden. Das Sägewerk. Es ist ja ein bisschen doof, dass das alles ein bisschen so verstreut steht. Andererseits wieder logisch. Mit was sollte man sonst diese große Welt hier vollkriegen, ne? So. Aber vielleicht habe ich ja eine Glücksträhne. Und ich finde unverhofft das Sägewerk an. Oh, was haben wir denn da vorn? Eine Düsternis. Die müssen wir gleich bekämpfen. Die gehen wir sofort bekämpfen, auf der Stelle. Oder gehört die... Nein, die gehört nicht zum Großen, oder? Das ist schon eine kleine, oder? Ja. Meine lieben Geister, frisch ans Werk. Tadada. Tadada. Vielen Dank. So. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass hier ein Katzi ist. Komm nur her. Ja, da freut sie sich. Da schnurrt sie. Sehr schön, wie da eine Düsternis bekämpft. Sehr, sehr schön. Da ist, glaube ich, noch ein Katzi. Na, kommst du mit? Ja. Super. Da haben wir auch was zum Einpflanzen. Noch eine Katze. Alter. Heute ist Katzentag. Schön. So. Ui, hier sind noch zwölf übrig. Hier war ich überhaupt faul. Okay. Dann machen wir auch gleich die hier platt. Aha, da können wir wieder was bauen. Ich befürchte eine Hängebrücke, wenn ich Glück habe. Und Steinbrücke, wenn ich Becher habe. Mal schauen. Plang. Sehr gut. Ja. Es wird, meine Lieben. Es wird. Was brauchen wir denn hier? Hängebrücke. Mhm. Ja. Ihr habt es schon gelesen. Was fehlt? Eine Blanke, ne? Viele Blanken. Ich sehe Blank. So. Ich ziehe Blank, heißt es. Ich weiß. So. Und hier wieder ein Bäumchen. Ein Bäumchen. Ein Bäumchen. Wird gepflanzt. Ein Bäumchen. Oh, wie fein. Ich glaube, ich sehe es. Da drüben oben ist das Sägewerk, oder? Ha, 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 ha. Ist das Sägewerk nicht da drüben oben? Da drüben, drüben? Ich bilde mir schon ein, oder? Ich schaue gleich mal hin. Hier ist kein Wasser. Nein. Passt. Kann ich runter? Passt. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht ersaufe hier, ne? Dann wäre es natürlich auch mal super, wenn wir die Hauptquest weitermachen, ne? Ich wollte nur zuerst ein paar Nebenquests mal schaffen. So. Da haben wir ein Shampoo. Schön, schön. Da ist noch was zum Bepflanzen. Da sind noch neun übrig. Okay. Mal schauen, ob wir das hinkriegen hier. Das war eine Weih schon. Gut, gut. Hier scheint es auch schon zu passen. Trotzdem ein bisschen umschauen. Stöckchen mitnehmen. Runterpurzeln. Stöckchen mitnehmen. Ja. Das ist wichtig. Ah, hier ist jetzt wieder die Waschbärenfamilie. Jawohl. So. Ui, da haben wir Bäumchen. Einmal. Zweimal. Sehr schön. Und bam. Dann wäre auch mal ein bisschen Futter nicht schlecht. Hier haben wir schon welches. Damit ich, ähm, nach Möglichkeit neue Sämlinge kriege. Weil langsam wird's brenzelig. So. Schön Schnippschnack machen. So. Ich glaub, das lief ganz gut. Ich glaub, das waren drei Sämlinge, die wir bekommen haben. Alles fein. Zack, zack. Und baum. Wer steht denn hier? Ist das nicht ein Matrose? Hallo. Versuch gar nicht erst, Dekorationwaren in Fairmont zu handeln. Ich hörte, sie haben selbst mehr als genug. Okay. Wollte ich auch gar nicht eigentlich. Ich will alles behalten. Alles meins. Jawohl. So. Zack, zack, zack. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Sämlinge kriegen hier. Zack, zack. So, wie es ausschaut, leider nicht. Oh, ich glaub, da liegen zwei. Drei. Ich glaub, ich hab Glück. Glück, Glück, Glück. Yes. Das gefällt mir. Ups. Da ist noch einer. Sehr gut. Brauch ich mir keine Sorgen machen. Alles gut. Und natürlich ist es wieder fünster. Wer braucht denn schon Licht? So, jetzt soll ich, glaub ich, einmal mit dem Stein aufhören, ne? Nach Möglichkeit. Das ist schon ein bisschen übertrieben, ne? Was ich da mache. So. Zack. Und bam. So. Und hier nochmal. Und bam. sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, schön. La, la, la. Sehr schön, schön, schön. So. Sammeln, sammeln. Fällen möchte ich nicht sammeln. Wäre gut. Das haben wir auch gemacht, das Rätsel hier. Ja, ich glaub, wenn wir hier, ah, ein Bäumchen, wenn wir hier hochgehen, müssten wir theoretisch zum Segelwerk gelangen. Ich sollte mir da mal Notizen machen, glaub ich, dass in Sanderville, ähm, das Segelwerk ist. Ja, ich glaub, wir haben's gefunden. Hurra, hurra, hurra. Hallo. Oh, willkommen im Segelwerk. Ich kann aus zehnmal Holz, können wir, eine Blanke machen. Wie viel möchtest du haben? Zehn Blanken brauche ich schon. Danke. Und bei dir? Blanken können wir handeln. Viele Blanken. Ich will haben. Ich will haben, Blanke. Das Wasser und die geformte Blanke, brauche ich die? Die Liane nehme ich mit. Ja, ist ja wurscht. Gut, vom Rucksackerl weg aus, verkaufen wir. Wo haben wir denn so viel? Klopf, klopf, klopf. Herein. So, Kartoffeln. Eier und Kartoffeln. Passt, da können wir gleich, glaub ich, alle elf. Oh, das ist gar nix wert. 81? Echt jetzt? Ich dachte, ich mach voll'n Brenner. Nix da. 81 nur, dann könnte man Sachen nehmen wie... Boah, nix. Das Futter zum Beispiel. Das könnte ich loswerden. Ich brauch jetzt noch... 5, 6, 7, 17, ne? Ich hab richtig gerechnet, ein Wunder ist geschehen. Vielen Dank. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen mal elegantes Bäume schlachten. Damit wir Holz kriegen. Wenn wir nämlich Glück haben, kriegen wir auch mal ein Sämling. Dann können wir den gleich wieder sofort, den Originalen einpflanzen, ansonsten haben wir eh ein bisschen was mit. Aber momentan brauch ich Planken ohne Ende. Ähm, so. Baum. Baum. So. Und? Stopfi. So. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir jetzt davon kriegen. Und dann muss ich mal versuchen, das zusammenzuschustern, ne? Hallo. Eines. Ja. Ohne Worte. Ohne Worte. Ach. So. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich zusammenbauen? Genau, ich wollte noch ein kleines Gehege bauen. Genau, dafür brauch ich jetzt noch Holzplatten. Und einen Kleber. So. Genau. Jetzt können wir, wie viele Reiseknoten habe ich noch? Zu wenig, glaube ich, ne? Bauen wir da auch gleich ein paar. So, das müsste reichen. So, dann zurück zum Fleckenbaumhof. So, dann können wir nämlich unser Schweinchen dort auch halten und passt. Ich glaube, den einen großen Stall tue ich mal weg. Den brauchen wir derweil eh nicht. Dann können die zwei zusammen, also nebeneinander wohnen. Ich glaube, das passt besser. So. Wir bauen, wir bauen, wir bauen, das reiß ich weg. Wir bauen ein kleines. So, passt. Jetzt können wir nochmal das Schweinchen holen. Pilze haben wir eh genug. Schwein, die. Ich tue jetzt Kuhmann. Jetzt müsste es aber passen mit dem kleinen Stall. Hallo. Ich habe da was für dich. Hier. Lecker Pilz. Kommst du mit mir mit? Da ist noch ein. Ja, komm mit mir. Ja. Hat er sich verschluckt. Komm nur mit mir. Ja, feines Schweinchen. Feines Schweinchen. So ist gut. So ist gut. Komm nur mit. Kommen sie. Kommen sie. Ja, grunz sie grunz. Ja, grunz sie grunz. Ja. 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 Boah. Da sind die Vöglein unterwegs. Ja, kommen sie. Kommen sie. Kommen sie. Kommen sie. Ja. So. Ich möchte es haben. Unbedingt. Jawoll. Supi. Dann schauen wir mal. Was produzierst du denn? Tatsächlich Blumen. Das ist niedlich. Das produziert echt Blümchen. Oh mein Gott. Und du? Was machst du? Pelz. Oha. Brauchen wir keine Fallen mehr legen. Okay. Dann wirst du mal geknuddelt. Hallo du. Na du. Ja. Süß. Und du wirst auch geknuddelt, Schweinchen. Nein. Nicht wegbohrten. Ich will knuddeln. So. Ja. Guti, guti, gut. Hallo. Ja. Da sind sie glücklich. Das ist schön. So. Wie gesagt. Essen und trinken haben sie auch. Und ein bisschen Blümchen hier. Das ist schön. Mal gehört es hier rüber. Da hingestellt. Damit das auch ein Bild geschützt ist, das Tierchen. Ja. Passt schon, glaube ich. Gut. Oven kümmert sich gut um die Tierchen. Die sind supi Produktion. Das ist ein bisschen schlecht. Aha. Da gibt es nur ein Sternchen. Ist ja wurscht. Wird schon werden. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir hier schon was drinnen haben. Nein. Tatsächlich. Pelz. Acht Stück schon. Ja, passt. Lassen wir auch drin. So. Gut. Die Holzblöcke können wir bauen. Da können wir was abgeben. Hä? Echt? Ach so. Reicht dann jetzt doch der Regenmantel oder was? Das sind echt kompliziert. Hallo. Das ist toll. Ich könnte die ganze Zeit nur grenzen. Und da du so nett bist, habe ich beschlossen, mit dir zu reisen. Okay. Wieder einen Geist gefunden. Passt. Sehr schön. Hopp. Hüpf. So. Doin. 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 Ich habe noch immer nicht rausgefunden, ob es eine Möglichkeit gibt, die Karte groß zu machen. Aber ich glaube nicht. Passt. Dann laufen wir halt mal ein Stück. Eine Holzbrücke in einem sonderbaren Ort. Ja. Genau. Das kann man nur so unterschreiben. So. Halt. Die Liane. Die will ich schon haben. Danke. Katze. Katze, ich habe dich gehört. Wo bist du? Da. Komm mit. Ja. Schlucki-Butz. Hier sind auch noch drei übrig. Okay. Bau. Ob die nur ein gewissen... Ich sage jetzt mal, ob die nur dann da sind, wenn es... Wenn es regnet oder so. Könnte ja sein, ne? Heureka. So. Was macht ihr Schönes? Äh. Hey. Ich höre... Ich höre den... Sind der Ton. Suchen sie verzweifelt. Alle Bauwesen... Äh. Wann. Sie sind... Wie sie kriegen können. Ja. Genau. Ach so. Da sind wir jetzt wieder in dem Dorf. Okay. Zocki ist verwirrt. Zocki ist verwirrt. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Die Zocki ist verwirrt. La 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 la. Zocki ist verwirrt. Du kleine hohle Nuss. La 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 la. So. Dann wählen wir mal wieder ein Stückchen. Dann müssen wir da ruf. Dann noch mehr laufen. Und noch mehr laufen. Und die Ahnen sammeln. Steine lasse ich jetzt mal. Das müsste jetzt schon bald mal genug sein, hoffe ich. Damit wir jetzt mal die Steinbrücken dann fertig kriegen. Tapsl, Tapsl, Tapsl. Da oben wollte ich hin. Wurde wieder abgelenkt. Sachen gilt es geben. Jo. So. War das jetzt eine Katze, oder? Nein. Das hat sich jetzt gerade nur so... Das hat sich nur so angehört. Was haben wir hier? Was bist du? Düsternis gesehen. Übel Sache, die Düsternis. Ja. Ganz übel. Das ist nur ein Haus, ne? Der wohnt hier einfach nur, ne? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Der wohnt hier nur. Der will seine Ruhe haben. La, la, la. Hat die Nase voll. La, la. La, 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 la. So. Dann schauen wir hier uns noch schnell um. Einmal schnell drumherum. Ob ich nichts übersehen habe. Das passiert mir ja sonst nie. Ha, ha. Ja. So. So. Wie haben wir das jetzt mit der Brücke? Da bin ich, glaube ich, verkehrt. Da muss ich da runter. Da bin ich ja zu früh abgebogen. Ich wollte auch nur schauen, ob hier oben noch was gepflanzt werden muss. Im Dunkeln sieht man das halt immer so schlecht. Ob hier ein... Ein Beet wäre. Eine Stelle wäre zum Bepflanzen. Aber ich glaube, die habe ich. Ja. Gut. Lauf, 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 lauf. Drei Stunden später. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf du, Kleiner, auflauf. Lala. So, dann steilen wir auch noch mit. So, da sind wir endlich wieder. Wir haben die Sachen beisammen. Man kann es nicht glauben. So, und da haben wir schon eine schöne Hängebrücke. Schön, schön. Dann haben wir wahrscheinlich noch eine zum Bauen. Äh, und wer bist du? In der Lade-Wache. Ah, wer? Hey, was willst du bei uns? Willst du eine unabhängige Nation angreifen? Glaub mir, du willst hier gar nicht rein. Ist zu schrecklich. Äh. Aha. Ich glaube nicht, dass ihr schrecklich seid. Ein seltsamer Platz für eine Hängebrücke. Wir haben nichts genug. Alter, die brauchen Material. Alter, wird ein schlecht herst. Schon wieder blanken, dass die Sau graust. Da können wir 20 Jahre Bäume schlagen. Und Zwirn an Haufen. Ja, Gott sei Dank, ne? Puh. So, Zwirn. Mit Futter und mit Lianen. Ja, dann wäre es mit Futter besser, ne? Wir haben jetzt zwar einen Haufen Futter schon hergegeben, aber das macht ja nichts. Wir brauchen eh noch Sämlinge. Und das, äh, ist dann besser, ne? Verbraucht. So. Sehr schön. Aha, was haben wir denn da drüben? Was haben wir denn da? Im Wasser ist ein Sternzeichen. Gibt's denn wirklich eine Möglichkeit, dass ich mal, ähm, ich sag mal, über dem Wasser laufen kann oder so? Ah! Ich glaub nicht, oder? Aber es schaut tatsächlich mal so aus, dass da was kommen soll. Vielleicht muss ich mal mit der Hauptquest weiterspielen. Dass ich dann, ähm, ich sag mal, Upgrades krieg, ne? Das wäre auch so ein Gedanke. So, ähm, gut. Von einer Quest zum nächsten, ne? Ähm, kurz waren Filme noch ein Haufen. Die Sonnenbrillen werde ich jetzt mal abgeben. Ähm, da werde ich jetzt gleich mal... Ähm, mich porten. Ich glaub, da... War der Glanzhof näher? Bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Oder war der näher? Weil... Es wäre besser, mit dem Schiff rüberzufahren, glaub ich. Na, da muss ich durch den Canyon durch. Mein, wär auch schon wurscht, ne? Haben wir jetzt Frühling, haben wir noch. Okay. Halt! Nein, falsche Truhe. Wo ist die andere Truhe? Da. Wo sind sie denn? Neue Frisur, wäre auch mal nicht schlecht, ne? Werden wir die nehmen. So. Und da sind sie, ja? Alle beide bitte, ja? Und ich möchte mich umkleiden zu einer neuen Frisur, die hier. Ja, genau, die hatten wir schon länger... Länge, Länge. Die hatten wir schon länger nicht mehr. Rucksacken. Äh, da werden wir jetzt gleich... Da werden wir jetzt gleich... die weggeben. Äh... Ja. Die gehen wir weg und die gehen wir weg. Noch was? Den weißen Farbstoff tun wir mal weg. Äh... Den tue ich mal weg. Ansonsten, glaube ich, behalte ich mal das Restliche. Ja. So. Äh, gut. Da fällt mir gerade ein, ich muss ja noch die Sonnenbrille bauen. Weil, mir hat ja... Hoppala. Mir hat ja das Wasser gefehlt. Ich verdrück' mich immer. Und da fällt mir Konstrukteurset. Jetzt da. So, passt. Jetzt können wir die Quest hier auch schon abgeben. So. Genau. Und da musste ich jetzt... Kommt mir vor, durch... Also hier beim Dorf tue ich... Ah, die Viechlein sind da. Hab ich ein Glück. Kann ich das auch noch vorher machen? Hippie. So. Und zwar, da unten sind die Süßen. Hallo. Hallo. Hallöchen. Na du? Hallo. Ich hab da was für dich. Schau. Fenikorn. Möchtest du das haben? Kommst du mit mir mit? Hä? Komm mit mir mit. Ja, gerne. Komm mit mir mit. Ich muss nur aufpassen, dass ich es nicht verliere. Ja? Komm mit mit mir mit. Möchte ich gerne adoptieren, weißt du? Ich hab da hinten ganz schön Hof für dich. Ja? Das sind so niedlich. So, da muss ich lang. Nicht zu schnell gehen. Ja? Ja, komm nur mit. Ja. Komm nur mit. Ich bin... Ich hab genau so ein schönes Fell wie du. Ja? Nur das Einhorn fehlt mir noch. Na, na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Langsam gehen, dass wir sie jetzt nicht verlieren. Wenn nochmal so ein Ding hab ich nicht zum geben. So. Komm nur. Komm nur, mein Schatz. Also stimmt nicht, dass sie nur im Sommer hier wären. Frühling passt auch. Am Winter scheint es so, dass sie da keinen Bock dazu haben. Da ist es dann scheinbar wirklich zu kalt. Und da sind sie halt tatsächlich nicht da. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht die Klippen runterfalle. Hopp. Ja. Ja. Und hier sind wir. Jawohl. Adoptieren. Ja, bitte. Supi. Weil hier haben wir Mini. Und Mini passt auf den Laden hier auf. Und jetzt haben wir auch ein schönes Einhörnchen. Hippi. Was produzierst du denn eigentlich? Nein. So. Das macht Tierhaut. Aha. Na schön. Hallo Schatzi. Wie geht's dir? Alles gut? Ja? Ja, ja, ja. Supi. Das freut mich. So. Schön. Der Trog ist auch was schöner, wenn man den aus Stein hat, ne? Muss man schon ehrlich sagen. Die Wanne ist auch schön. Also die Trink... Die Trinkgelögen heute. Passt. Supi. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Und der Part ist zu Ende. Wie passend. Im nächsten Part werden wir versuchen, die Sonnenbränen abzugeben. Und... Ähm... beim nächsten Mal. Tschüssi.